Die Badener im Russland-Feldzug 1812 gehörten zum 9. Korps der Grande Armee. Kommandeur des Goa war der französische Marschall Claude-Victor Perengen. Victor, die badische Brigade wurde von Wilhelm Graf von Hochberg kommandiert, Chef des Generalstabes war Ludwig von Grohlmann. Gemeinsam mit zwei Regimentern bergischer Infanterie bildeten die Badener die 26. Division, deren Kommandeur General Dendels war. Vorgeschichte Wie viele andere deutsche Staaten trat das Großherzogtum Baden im Jahr 1806 dem Rheinbund bei. Damit verpflichtete es sich zur Teilnahme an sämtlichen Kriegen des französischen Kaiserreichs. Noch im gleichen Jahr waren Rheinbund-Truppen am Krieg gegen Preußen beteiligt. Ab 1808 nahmen badische Truppen am Krieg in Spanien teil. 1809 waren sie am Krieg gegen Österreich und der Niederschlagung des Aufstandes in Tirol beteiligt. Russland-Feldzug 1812 Dokumentationen Paul Holzhausen listet in seiner zusammenfassenden Sicht des Beitrags der Deutschen zum Russland-Feldzug 1812 im Quellenverzeichnis seines Buches Acht Quellen mit schriftlichen Berichten von badischen Teilnehmern oder mit Auszügen von Berichten badischer Teilnehmer auf Ausgangstruppenstärke der Badener Das Kommando über die badischen Truppen wurde dem knapp 20-jährigen Markgraf Wilhelm von Baden erteilt. Um an Napoleons Russland-Feldzug teilzunehmen, die befehligte Gesamtstärke der Truppen betrug 7666 Mann. Die Truppen setzten sich zusammen aus dem Leibregiment Nummer 1, Regiment Nummer 3, dem leichten Infanteriebataillon, dem Husarenregiment und acht Geschützen. Das ebenfalls unterstellte 2. Infanterieregiment befand sich bereits seit 1811 in Danzig. Wilhelm von Baden marschierte mit seinen Truppen aus Galsruhe am 16. Februar 1812 ab. Mitwirkung bei der Seeblockade Die badischen Truppen wirkten vom 29. März bis 28. Juli 1812 beim Schutz der Ostseeküste gegen den Schmuggel und die Kapereien englischer Schiffe mit und verlagerten sich allmählich von Rügen über Greifswald. Stettin Richtung Danzig Am 2. April erreichten sie Stettin. Am 24. Mai kam es dort zu Schießereien zwischen Franzosen und Badenern. Vorfälle dieser Art kamen nicht nur zwischen Badenern und Franzosen vor. Die Brigade verließ Stettin am 7. Juni und traf am 16. Juni in Marienburg ein. Die Badener blieben dort und nahmen am Russland-Feldzug vorerst nicht teil. Zu den Sicherungsaufgaben, die sie übernahmen, schrieb Karl Sachs, ein badischer Leutnant. 10. Juli auf Streifkommando gegen das Gesindel, welches aus Polen kam. In kurzem fingen wir 250 Vagabunden und brachten an 20 davon, welche wirkliche Diebe waren, nach Marienburg. Während des Aufmarsches der Armee Napoleons wurde ein Großteil der polnischen Lebensmittel für die französische Armee requiriert. Badische Truppen zum 9. Armeekorps in Tilsit wurde das bunt gemischte 9. Armeekorps der Grande Armee unter Marschall Victor zusammengestellt. Am 9. August 1812 stieß Wilhelm von Baden mit seiner 1. Brigade von Danzig kommend dazu und wurde zu einem Teil des 9. Armeekorps. Die badischen Truppen waren in den Kriegen von 1806, 1807 und 1809 kampferprobt und am 22. Juli 1812 in Danzig nachträglich mit Munition, Verpflegung, Schlafsäcken und Stiefeln versehen wurden, das I-X-Korps war als Reserve vorgesehen. Lediglich das 1. Bataillon des badischen Linienregiments Nummer 2 wurde dem Hauptquartier Napoleons angegliedert und machte den Feldzug bis Moskau. Mit Marsch nach Minsk erst Ende August erhielt das I-X-Korps den Auftrag nach Russland zu marschieren. Die Badener erreichten am 31. August Ruschni, den ersten Ort im russischen Polen. Weiter ging der Marsch über Kowno am 3. September, Wilna am 8. September, Smorgoni am 12. September und nach Minsk am 15. September. Beginn des Rückzugs am 28. September erreichte die badische Brigade Smolensk. Später erhielt das I-X-Korps den Auftrag dem 2. Korps von Marschall Audinot, das aus Polutz kam, entgegen zu marschieren, um es zu unterstützen und zog sich anschließend mit diesem Korps zurück. Am 25. November trafen sie bei Lost-Nizza auf die Reste der Grande Armee. Absicherung des Rückzugs über die Beresina Das Armeekorps mit den Badenern erreichte Borisow an der Beresina am 26. November 1812, fand die Brücke über die Beresina von den Russen zerstört vor und kam dadurch in seinem Rückzug nicht mehr weiter. In der Schlacht an der Beresina spielte das IX. Korps und damit auch die Badener eine entscheidende Rolle. Sie marschierten am 27. November von Burise nach dem etwa 10 Kilometer nordwestlich gelegenen Dorf Studianka, wo zunächst eine kleinere Brücke errichtet worden war. Die badische Brigade überquerte den Fluss zum rechten Flussufer, wurde aber kurz nach Mitternacht, also am 28. November, zur Offenhaltung des Brückenkopfes gegen den Strom der nachflutenden Truppen wieder auf das Ostufer zurückgeschickt. Am Morgen begann der Angriff russischer Truppen unter General Wittgenstein, dem das IX. Korps den ganzen Tag erfolgreich standhielt. Der Maggraf Wilhelm von Baden und seine badischen und hessischen Truppen zeichneten sich sehr aus. Damit ermöglichten sie den Übergang vieler Soldaten und Zivilisten. Erst in den frühen Morgenstunden des 29. November zog sich das Korps mit den Badenern als Nachhut über die Beresina zurück. Von den beiden Brücken war die kleine Brücke bereits unbrauchbar. Die größere Brücke war nahezu unpassierbar durch ein Knäuel von zertrümmerten Fuhrwerken sowie getöteten und verwundeten Menschen und Pferden. Die Brücke wurde unmittelbar nach der Rettung der Reste des Armeekorps zerstört. Auf dem linken Ufer blieben zurück und ihrem Schicksal überlassen etwa 10.000 isolierte Menschen sowie verwundete und kranke. Verlustreicher Rückzug als Arrieregarde Ab 2. Dezember 1812 waren die Badener im 9. Korps mit den Resten des 2. Korps als Arrieregarde eingeteilt. Der Rückzug Richtung Wilna wurde dadurch erschwert, dass sich zwischen die Armee und die Arrieregarde etwa 60.000 Unbewaffnete drängten. Sie plünderten die Fahrzeuge, die an Engstellen liegen, blieben sofort aus und brachten den Rückzug ins Stocken. Ferner plünderten sie die Dörfer in der Nähe des Rückzugsweges. Die Arrieregarden fanden beim Eintreffen in die Nachtlager weder Lebensmittel noch Holz noch Strom mehr vor. Zu den Verlusten durch die Rückzugsgefechte und den Ausfall der Verpflegung kamen am 6. Dezember 1812 die Verluste durch die extreme Kälte von einigen 20 Grad. Die Kälte war am 7. Dezember auf das höchste gestiegen. Durch sie wurden in der Nacht vom 6. auf den 7. Dezember viele Menschen im Biwak von Ostsmiana getötet. Die Reste der Truppen waren als Arrieregarde kaum mehr zu gebrauchen und trafen am Abend des 8. Dezember vor den Toren von Wilna ein. Verzögerung des Rückzugs in Wilna am Eingangstor von Wilna gab es ein furchtbares Gedränge. Im erstbesten Haus wurde logiert und die Stühle mangels Brennstoff verfeuert. Am 9. Dezember zeigte sich, dass die badischen Offiziere in ihrer Einsatzmöglichkeit stark beeinträchtigt waren durch Verwundungen, Erschöpfung, Erfrierung der Hände und Füße und Schneeblindheit, Hochbergs rechte Gesichtshälfte war durch den beständigen eisigen Nordwind erfroren. Allerdings erhielten die badischen Soldaten neue Kleidungsstücke, Schuhe und Geld. Am 10. Dezember verließen die Badener Wilna um 4 Uhr morgens bei grimmiger Kälte sich das nach Kofno führende Tor. Sie hörten dabei die Geräusche des Entgriffs der Russen auf Wilna. Rückzug nach Marienwerder Beim Rückzug nach Kofno ereigneten sich dramatische Szenerien am 10. Dezember bei der Anhöhe von Ponari, wo sich ein unentwillbares Knäuel an Menschen und Wagen bei spiegelglatter Straße und 27 Grad Kälte bildete und Plünderer aus den eigenen Reihen über die liegen gebliebenen herfielen. Diese unwirkliche Szenerie fand ihren Höhepunkt am 11. Dezember bei Cismerie, wo die Menschen sich bei schneidendem Nordwind in Damenkleidung auspelz, Fällen von frisch geschlachteten Schafen und mit geraubter Kleidung von erfrierenden vor der Kälte schützten. Bei der Engstelle einer geländerlosen Brücke wurden Kranke und Verwundete abgedrängt. Aus den frisch gestürzten Pferden wurde Fleisch und die Pferdeleber herausgeschnitten. Durch die Kälte war der Wassermangel sehr groß. Der Rückzug ging weiter über Kovno am 12. Dezember Wilkowski, Gumbinnen und Instaburg am 15. Dezember. Am 18. Dezember wurde Königsberg erreicht, wo es ein badisches Depot mit Bewaffnung und Bekleidung gab. Am 19. Dezember ging ein Transport mit den Husaren nach Danzig. Am 23. Dezember war bei Heiligenbeil große Kälte. Am 25. Dezember erreichte Wilhelm von Baden mit Postpferden Marienwerder, den Sammelpunkte-Score. Ein Klima um Schwung führte zu Tauwetter. Am 30. Dezember 1812 zählten die badischen Truppen in Marienwerder noch 537 Mann. Darunter waren 145 Mannschaften, die am Feldzug teilgenommen hatten. Rückzug bis zur Auflösung. Am 10. Januar 1813 zogen sich die Truppen an die Weichsel gegenüber Neuenburg in Westpreußen zurück und rückten am 12. Januar nach Neuenburg. Am 15. Januar wurde der 9. Korverband in polnisch Kronau aufgelöst. Über Stolenzin, Rogasen ging es nach Posen, wo die Truppen am 18. Januar eintrafen. Am 21. Januar erhielten die badischen Truppen in Posen den Befehl zum Rückmarsch über Glogau und trafen am 18. Februar 1813 in Karlsruhe ein. Verluste Das Großherzogtum Baden stellte 7166 Soldaten für den Krieg gegen Russland. Große Verluste erlitten die badischen Soldaten bei der Absicherung des Rückzugs über die Beresiner und bei ihrer Teilnahme an der Arrieregarde bis Wilna. Am 30. Dezember zählte die Brigade in Marienwerder einschließlich der Mannschaft des Depots noch 537 Mann. Die am Feldzug direkt Beteiligten zählten noch 145 Mann. Ein Nachweis über das Schicksal der badischen Offiziere und Kriegsbeamten des badischen Truppenkorps in Russland ist in Beilage 13 des Buches von Philipp Röder von Diersburg enthalten. Demnach hat sich die Zahl der Heimkehrer auch dadurch verringert, dass Personen während des Feldzuges in die Heimat oder in neu errichtete Regimenter versetzt wurden oder dass in Wilna zurückgebliebene gefangen. Genommen, ins Innere Russlands transportiert und erst 1814 entlassen wurden, viele vermissten Schicksale waren nicht mehr zu klären.